Hallo, heute möchte ich euch die aus meiner Sicht wichtigsten Grundsätze der Verifikation vorstellen. Bei Breaking News stehen wir Agenturjournalisten vor der Herausforderung, so schnell wie möglich einen Überblick über die Lage zu bekommen. Dabei greifen wir Journalisten auch auf Fotos und Videos zurück, die Privatpersonen in den sozialen Netzwerken hochgeladen haben. Das sind in der Regel Personen, die wir nicht kennen. Wir müssen also sehr sorgfältig arbeiten, um nicht auf Fakes hereinzufallen. Dabei helfen uns diese Regeln. Ein Hinweis noch, diese Regeln dienen der schnellen Orientierung. Ist das eine echte Aufnahme oder ein Fake? Natürlich hat jede Regel auch ihre Ausnahmen. Aber jetzt legen wir erstmal los. Die Monsterwolke ist ebenso echt wie die Freiheitsstatue. Allerdings entstanden die beiden Aufnahmen an unterschiedlichen Orten und wurden dann am Computer zusammengefügt. Also ein Fake. Gäbe es ein solches Wetterphänomen tatsächlich in New York, dann hätten wir innerhalb kürzester Zeit unzählige Fotos und Videos davon in den sozialen Netzwerken. Der Twitter-User Jason Michael ist nach eigenen Angaben ein Journalist aus Dublin. Und ausgerechnet der macht ein Sensationsfoto in Houston, Texas? Das passt nicht zusammen. In Wahrheit ist das nur eine Photoshop-Arbeit und dann noch aus dem Netz geklaut. Diese Regel gilt bei Terroranschlägen und Amokfahrten fast immer. Ausnahmen wie Charlie Hebdo in Paris oder Oslo-Uttria sind selten. Dennoch tauchen bei solchen Toplagen sofort unzählige Varianten von mehreren Tätern und Tatorten auf. Ursache sind bewusste Fälschung oder noch häufiger Irrtümer. Quizaufgabe. Beim Amoklauf am Münchner OEZ im Sommer 2016 gab es einen Täter und einen Tatort. Dennoch war quasi ganz München im Ausnahmezustand. An vielen Orten sollen Schüsse gefallen sein mit Toten oder Verletzten. Auf wie viele sogenannte Phantom-Tatorte wurde die Polizei allein über die Notfallnummer 110 hingewiesen? Die Antwort sage ich euch am Ende. Ein solches Ereignis war Ende 2016 der geplante Wechsel des Formel-1-Piloten Sebastian Vettel von Red Bull zu Ferrari. Die Bestätigung für den Wechsel wurde quasi minütlich erwartet. Auf Twitter bastelten Scherzkekse einen täuschend echt aussehenden Ferrari-Account und verkündeten den Wechsel Vettels schon einen Tag früher. Wenn es von öffentlichen Gefahrenlagen in Metropolen nach 20 Minuten keine Fotos oder Videos gibt, dann handelt es sich wahrscheinlich um einen Fehlalarm. Ende 2017 sorgten in der Londoner City Berichte über Schüsse für Panik. Die Polizei behandelte die Vorfälle wie eine mögliche Terrorlage. Es wurden viele Fotos und Videos rund um Oxford Circus hochgeladen, aber nirgendwo Hinweise auf ein Verbrechen. Mit jeder Minute wurde deutlicher. Das muss ein Fehlalarm sein. Erst viel später kam von der Polizei die offizielle Entwarnung. So, das waren aus meiner Sicht die wichtigsten Regeln der Verifikation. Ich schulde euch noch eine Auflösung zum Münchner Amoklauf. Also, auf wie viele sogenannte Phantom-Tatorte wurde die Münchner Polizei über den Notruf 110 hingewiesen. Es waren 71 Phantom-Tatorte und zwei angebliche Geiselnamen. Merkt euch diese Zahl, denn auch bei der nächsten Großlage dieser Art wird es ähnlich viele Irrtümer geben. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.